Carybots entwickelt und vertreibt fahrerlose Transportfahrzeuge für die Intralogistik. Unser Ziel ist es, Unternehmen einen möglichst einfachen und kosteneffizienten Einstieg in die Transportautomatisierung zu ermöglichen. Herbie ist modular nach dem Baukastenprinzip aufgebaut, um unseren Kunden ein Maximum an Flexibilität zu ermöglichen. Das Thema Sicherheit stand bei uns von Anfang an an oberster Stelle. Die Firma SICK war hierfür der perfekte Partner und hat uns kompetent und zuverlässig bei Sicherheitsfragen beraten. Die CE-Zertifizierung hat uns als junges Unternehmen vor einige Herausforderungen gestellt. Anders als man es von einem reinen Komponentenlieferanten erwartet, hat uns auch die Firma SICK in dieser Hinsicht von Anfang an unterstützt und aktiv an der Risikobeurteilung mitgewirkt. Bislang reduzierte man bei Kleinstfahrzeugen die Geschwindigkeit und die Beladung, um das von dem Fahrzeug ausgehende Risiko zu minimieren. Dies erfolgte häufig auf Kosten der Produktivität. Die Aufgabe, die es dafür für uns zu lösen galt, war es, eine wirtschaftliche Sicherheitslösung zu finden, die perfekt auf Spur geführte Fahrzeuge ausgelegt ist und die Fahrzeug-Performance zu erhöhen. Wir bei SICK sprechen hier von Safe Productivity. Die Lösung, die wir hierbei gemeinsam zusammen mit Carrybots entwickelt haben, ist der weltweit erste LiDAR-Mehrstrahl-Scanner mit sicherer Solid-State-Technologie, dem ScanGrid 2. Die bisherigen normativen Anforderungen für fahrerlose Transportfahrzeuge stellen Fahrzeughersteller vor große Herausforderungen bei der Absicherung von kleinen, kostengünstigen und einfachen AGCs. Der skalierbare Safety-Ansatz hilft Fahrzeugherstellern wie Carrybots bei der Beurteilung des tatsächlich ausgehenden Risikos ihrer Fahrzeuge. Daraus leitet sich auch die Leistungsfähigkeit der benötigten Schutzmaßnahme ab und spiegelt sich am Ende auch im Performance-Level wieder. Mit dem ScanGrid 2 bieten wir im Bereich mobile Plattformen nun neben PLB- oder PLD-Sensoren auch eine adäquate PLC-Lösung an. Unser Ziel ist es High-Performance-Automatisierung für so viele Unternehmen wie möglich zugänglich zu machen. Auch für kleine und mittelständische Unternehmen soll der Einsatz von mobilen Robotern genauso attraktiv sein wie für die Großen. Ich habe zwei wesentliche Kriterien bei der Auswahl einer neuen Automatisierungslösung waren, dass sie einfach und sicher ist. Mit Herbie haben wir ein System gefunden, das sich nahtlos und sehr sehr schnell in unsere heutige Arbeitsumgebung integriert hat. Was uns aber auch in Zukunft zulässt, weiterhin zu skalieren mit dem System, indem wir neue Fahrzeuge integrieren, neue Quellen und Senken dort installieren oder auch indem wir entscheiden, von unseren Robotern beladen zu lassen. Und das gibt uns eine Systemflexibilität für die Zukunft, die für uns ganz wichtig ist und auch in Zukunft unsere Produktion und Logistikprozesse ganzheitlich betrachten zu können.